Willkommen liebe Clasher, bei mir ist Thorsten Akatuto beim Clan True Warriors. Ja, heute eigentlich mal so eine Update-Status-Folge, also wie geht es eigentlich mit mir weiter? Ihr habt das ja jetzt schon bei mir länger verfolgt, ich bin ja jetzt schon wirklich lange Rathaus 10, aber die Forschung dauern auch wirklich lange und ich habe es mal ausgerechnet, wie lange ich noch jetzt brauche für meine ganzen Forschung, Zauber etc. Also ich habe den Klonzauber mit 14 Tagen noch vor mir, den Skelettzauber mit 18 Tagen, Erdbebenzauber 12 Tage, der Pekka 12 Tage und dann noch meine Farmtruppen, also die Bogenschützinnen und die Barbaren jeweils 14 Tage, die letzten 14 Tage würde ich dann abziehen, die lasse ich das Rathaus laufen und wenn ich das abziehe, habe ich noch auf dem Kopf 70 Tage an Forschung und dem stehen gegenüber 48 Mauern, ich denke mal, das ist locker zu schaffen und wir wollen heute einfach mal damit beginnen, dass wir so die letzten Mauern machen, die letzten 70 Tage hier begehen und natürlich auch eine Forschung anwerfen, aber wir sehen hier einfach mal zu anfang einen schönen Loadangriff vom Marcel Skorpion, der ist seit gestern oder vorgestern ja bei uns im Clan, wer im Stream mit dabei war, hat das ja mitbekommen und ich denke, es ist ein schöner Einstieg hier in so eine Farmfolge, so eine Farmfolge kam ja von mir, eigentlich bisher auch eher selten und deswegen starten wir einfach mal so eine schöne Serie hier, Road to Rathaus 11, also dauert natürlich noch ein paar Tage, aber ich will heute einfach mal damit anfangen, ihr seht, dass hier mein Dunkle ist es so voll, ich kann die Bohra nicht mal abholen, dass wir hier den Packer machen, auf dem Packer habe ich jetzt gespart, ich habe etwas über 8 Millionen und den werfen wir jetzt auch an, also die 12 Tage läuft jetzt der Packer hier und ich habe jetzt nur noch 784.000, kann auch nichts mehr aus der Truhe hier holen und muss natürlich heute Abend CK spielen, deswegen suche ich mal einen ordentlichen Gegner, der mir wieder ein bisschen Elex verschafft und dann machen wir auch einen schönen Angriff. So, da haben wir unseren ersten Gegner gefunden, ich musste so ein bisschen länger suchen hier, aber ich denke mal, den können wir hier mitnehmen, der ist nämlich leergeballert. Ja, ihr habt das auch schon im Stream mitbekommen, da habe ich ja über 7.000 Dunkles bekommen und das ist halt so ein bisschen, ich hätte mal fast gesagt, das ist so ein bisschen das Leidige, dass man natürlich hier auch, jetzt komme ich natürlich schon wieder doof rein hier, naja, dann nehmen wir mal den Golem, dass man, dass ich hier natürlich sehr, sehr viele Ressourcen sammle und die eigentlich gar nicht brauchen, nämlich vor allen Dingen das Dunkle. So, dann ziehen wir jetzt mal die ganzen Bowler hier nach, das ganze Dunkle und jetzt komme ich hier zwar ein bisschen komisch rein, aber ich setze jetzt einfach mal die 4 Heiler mit rein. Ich denke mal, die Golems hier werden sich jetzt den Weg in die Mitte suchen, und hoffe ich mal, mit den, mit den Bowlern vielleicht zusammen. Ah, da gehen nicht wirklich viele Bowler jetzt im Moment rein, nämlich gar keiner. Das ist natürlich doof, die latschen alle außen rum, eigentlich ist es nicht schlimm. Ah, so ein paar sind drin, eigentlich ist es tatsächlich nicht so schlimm, denn ich brauche ja nur die Ressourcen und die sind ja meistens außen an der Stelle. So, dann Ragen war die hier nochmal. Queen ist noch gut dabei, ja. Wir haben in jedem Fall ganz gut was geholt und mal gucken, ob wir uns das Rathaus auch noch ein bisschen wegsneckeln da mit dem einen, mit dem einen Bowler. Schade, dass ich die, ah, jetzt habe ich die Queen vergessen. Mist, schade, dass ich den Adler nicht bekomme, denn das ist ja noch eine Errungenschaft nach wie vor und die möchte ich ja auch mal gerne ein bisschen weitermachen. Also ich habe noch keine 200 Adler Artillerien hier gemacht und auch, ja okay, der eine Infernung ist, ist immerhin schon mal drin und dann haben wir ihm aber so gut wie alle Ressourcen hier. Na, schaffen wir alle. Der eine Bowler dahinten, das Lager noch. 47.000 sind da noch drin. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Da ist auf jeden Fall wieder eine Mauer drin und der Bowler da ist noch, ist noch tätig. Schafft er eigentlich den Tesla da eine Mitte? Kratzt er dir den nur an? Ne, der macht nur die Mauer da. Ah, okay, der macht nur die Mauer da. Dann lassen wir das auch nicht auslaufen. Ah, ne, das machen wir nicht. Wir haben 85%. Ah, wir haben das Rathaus ja gekriegt, okay. Und dann brechen wir den hier einmal ab. Ja, ihr seht das selber, 5000 Dunkles wieder dabei und noch den Bonus Dunkles dabei. Ich brauche es alles nicht. Ist aber alles nicht so schlimm. Wir haben uns eine Mauer reingefarmt hier. Das heißt also 48 minus 1 sind 47. Wunderbar. Super Sache hier. Ich baue schon mal nach. Hier richtig fette dunkle Truppen und dann machen wir sicherlich noch einen zweiten Angriff hier. Also bis gleich. Yo, der Lotgott ist mit mir, wollte ich gerade sagen und ich drücke es weg. Scheiße, das kann ja nicht sein. Ich wollte gerade so sagen, der Lotgott ist ja mit mir und dann drücke ich auf weiter. Oh Mann. Mist, jetzt muss ich wieder ein bisschen suchen. Aber ihr seht das hier, die Suche gestaltet sich auch. Ja, ich will nicht sagen eher schwierig, aber es dauert schon mal die eine oder andere Minute. Und ihr seht das selber. Ich kriege sogar ab und zu mal den Chat hier eingeblendet. Das kenne ich eigentlich nur aus der Legenden, dass man hier chatten kann. Ich meine, er ist natürlich viel zu kurz. Hier werden zumindest in Titan immer noch die Gegner relativ schnell gefunden. Aber ja, wenn sie dann nicht auf einmal da sind, dann nehmen wir die 400.000 hier auch nicht mit. Viel zu schwer die Base. Nein. Stimmt natürlich nicht. Aber ich denke mal, es wird wieder irgendwie so ein RH11 werden oder so. Müssen wir mal gucken, was wir so finden. Also dunkles finden Sie hier oben natürlich ohne Ende. Aber wir wollen ja ein bisschen Gold und Elex machen. Vor allen Dingen Elex ein bisschen nachmachen. Denn ich muss ein paar CK-Angriffe machen. Muss noch ein bisschen was nachbauen für die Clanburgen. Die befülle ich nämlich zur Zeit mit dunklem. Also jeder, der so Hexen rein haben will oder anderes dunkles Zeug. Das mache ich zur Zeit, damit ich es halt immer ein bisschen los werde. Und ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Ich habe schon mehrere Regelungen jetzt kennengelernt im Laufe der Clash of Clans Zeit hier. Und würde aber sagen, wir schneiden das natürlich raus. Das ist eine doofe Geschichte. Hier ist er. Ist euch sicherlich auch schon passiert, dass ihr so Lot weggedrückt habt. Aber diesen hier nehmen wir mit. Auch wieder. Also ich suche jetzt im Moment. Ja, ihr seht das so ein bisschen geht mein Gold auch runter. Natürlich bevorzugt solche Bases hier, die richtig fette Ressourcen haben. Mit dem Bonus noch hier in Titan. Ich weiß jetzt nur nicht, von welcher Seite ich den hier angehe. Aber ich glaube, ich nehme. Was habe ich in der Clanburgen? Okay, da habe ich Riesen drin. Dann machen wir das mal so. Ich setze hier mal die Riesen. Vier Heiler. Und die Queen muss jetzt mal ganz fix hier sterben. So. So. So, meine Mauerbrecher sind da durchgegangen. Okay. Dann kann ich hier jetzt auch weiter meine Bowler Spam. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt in jedem Fall hier irgendwo reingehen. Ja, das machen sie auch. Das sieht gut aus. Und dann nehmen wir hier noch vielleicht ein, zwei Magier hinterher. Und nehmen jetzt schon mal den Wutzauber hier. Also wie gesagt, das ist euch sicherlich auch schon mal passiert, dass ihr einen guten Gegner hattet und habt den dann weggedrückt. Also ja, kommt. Ich sag mal, kommt halt vor. So, jetzt muss ich hier aber schon mal den King zünden. Nicht, dass der mir hier verreckt. Und jetzt gucke ich mal, wo ich hier am sinnvollsten gleich meine Geburtstagssauber einsetze. Mal gucken. Ich nehme mal an die. Ich nehme die, glaube ich, hier hinten an den Bogenschützentür. Denn wir packen mal einen hier hin. So. Der ist sogar weg. Den hat er sogar weg gemacht. Das ist ja krass. Und jetzt habe ich eigentlich eine gute Situation. Alles läuft außen rum. Und in der Mitte ist jetzt noch ein einziger Riese, der dort etwas aushält. Aber im Moment wird mein King geheilt. Okay, das war natürlich auch der, der So, die Kanone, äh, der, der eben Schaden genommen hat. Jetzt musste ich eben mal die Kanone nehmen. Also einmal die Kanone mit dem Geburtstagssauber. Ich hätte mal fast gesagt gefreezt. Und ja, ich denke mal, sieht ganz gut aus. Eine Minute 24 noch. Wir haben noch die Heiler. Wir haben noch die volle Queen. Der King ist jetzt nicht mehr ganz so voll. Und die Queen will hier allerdings jetzt durch die Mauern durch. Ah, das stört mich natürlich ein bisschen. Aber wir haben hier noch Bohler in Heilung. Und die Heiler haben sich jetzt ein bisschen aufgeteilt. Es wäre ganz schön, wenn wir noch in die Lager kämen, da hinten. Denn, äh, die sind ja, das ist ja eigentlich das, was im Moment so richtig voll ist hier. So, aber damit uns die Zeit nicht ganz davonrennt. Der X-Bogen ist ja auch leer geschossen. Ah, da ist, da sind die Bohler schon mal durch. Der eine Bohler hilft meiner Queen hier. Und, ja, ich denke mal, ist auch wieder ein guter Angriff gewesen. Guter Lot hier. Okay, 70.000. Und, ah, mal sehen, ob wir die jetzt noch erreichen oder nicht. Aber ich glaube mal 39 Sekunden. Das ist auch eng. Jetzt muss ich erst mal die dicke Clanburg da wegmachen. Und der eine Bohler ist jetzt auch Geschichte. Das heißt also, für die restlichen drei Gebäude zünden wir jetzt hier mal unsere Queen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Truppen auf dem Feld. Und der Bommentum geht erst mal weg. Aber wir kriegen die Ressourcen nicht mehr. Okay, wir kriegen die Ressourcen leider nicht mehr. Also die 70.000 da, nicht ganz 70.000, die erreichen wir jetzt nicht. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Queen auch nicht sterben. 95%. Sechs Pokale. Ja, das sieht gut aus. Voller Bonus hier. Also wir sind voll im, ich hätte fast gesagt, voll im Saft hier. Nein, wir sind natürlich voll gut dabei. Und ich würde sagen, ich traine die einfach nach. Ich muss immer einmal den Giftzauber wegschmeißen, damit ich komplett den Quick Train machen kann. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das geht zumindest schneller, als wenn ich es mir jetzt durchklicke. Und dann hoffe ich, dass der Farmgott mir noch gut gesonnen ist und wir nochmal so ein Monsterload hier finden. Okay, ich denke, wir haben hier unseren Gegner gefunden. 415.000, Elex 5.000, Dunkles. Das ist okay. Das ist in Ordnung und 300.000 vom Gold. Also ihr seht, die Lager sind relativ voll. Und ich würde sagen, er hat zwar Infernus da in der Mitte, aber ja, ich weiß nicht, über Ecke hier reingehen, ist immer ein bisschen doof. Aber wir wollen ja eigentlich außen rum latschen. Deswegen setzen wir hier ruhig über Ecke wieder unsere Riesen mit den 4 Heilern. Das machen wir einfach mal so. Und dann ziehen wir hier jetzt mal die Mauerbrecher rein. Und ich hoffe einfach, dass jetzt mal so ein paar Bohler vor allen Dingen mit rumgehen. Das wäre jetzt gar nicht schlecht, dass nicht alle reingehen. Hier ja. Also es gehen in jedem Fall so ein paar Bohler rum. Und das ist ja auch Sinn und Zweck, dass die hier rumlaufen. Die Queen geht schon mal einen ganz, ganz komischen Weg hier. Okay. Oh. Wir können hier springen. Ah ja, ja. Wir können da ja springen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Aber jetzt springt natürlich nichts mehr rein. Ich war ein bisschen zu spät an der Stelle. Und dann nehmen wir hier mal die Geschenke. Aber die Geschenke nehmen meine Riesen auch gerne an. Sehe ich gerade. Also wir brauchen hier vor allen Dingen auch nur einen Stern. Den haben wir jetzt auch schon gemacht. Aber meine Queen wird da hinten jetzt vermutlich sterben. Ich habe sie jetzt schon mal gezündet. Zünde jetzt auch mal den King. Weil jetzt müssen die da noch durch so eine Mauer durch. Und ja, so ein paar Ressourcen haben wir ja mitgenommen. Jetzt nicht so super viel. Aber außen geht ja noch ein bisschen was. Also vor allen Dingen das Elex ist mir hier ja wichtig. Denn ich kann ja die nächsten Tage jetzt in jedem Fall wieder mit Elex auch mal eine Mauer machen. Aber ich brauche es auch vor allen Dingen jetzt erstmal für den CK. Morgen übrigens wieder eine harte CK Folge. Also ich habe es endlich geschafft mit dem Avatar eine Folge abzudrehen. Um nicht wieder in so eine Wartungspause reinzukommen. Wie es mir letztes Mal passiert ist. Das war ja schon so ein bisschen unglücklich. Natürlich, dass ich in so eine Wartungspause reingekommen bin. Und konnte das Video nicht abdrehen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Oh, wir nehmen hier doch etwas mehr mit, sehe ich gerade. Ja, okay. Okay, haben wir hier doch ein bisschen mehr jetzt mitgenommen. Jetzt werden die Bowler zwar noch geheilt, aber die Heilung nützt natürlich gar nichts gegen den Inferno. Und noch so die allerletzten Ressourcen hier mitgenommen. Ja. Oh, wir haben ganz gut mitgenommen. Jawohl. Mit dem Bonus jetzt 87% sind das nochmal, ja, etwas über 600.000 an Elex und auch über 600.000 an Gold. Damit können wir leben. Also, schönes Ding hier. Road to Rathaus 11 ist hier in jedem Fall bei mir gegeben, denke ich mal. Und wir schauen nochmal gerade nach. Nicht, dass ich mich da jetzt eben vertan habe, aber ich denke mal, ich kenne meinen Mauernstand. Also 47 Mauern noch und die paar Forschungen. Bleibt einfach bei mir dran. Ich werde sicherlich immer mal wieder so eine Folge hier einbauen. Ich werde auch mal die Armee so ein bisschen tauschen, sodass wir auch mal ein paar andere Farmen und Angriffsstrategien sehen. Und bis dahin, euer Toto Clashed. Bis zum nächsten Mal.